Da ist wieder der Rolf Ziller mit Let's Fail Kenji. Letztes Mal habe ich ja den weiten Weg durch die Wüste nochmal auf mich genommen, eine weitere Station drangehängt und zwar dieses Örtchen Brink, in dem wir glaube ich auch gestartet sind, zumindest in der Gegend von Brink sind wir gestartet. Und ich würde jetzt eigentlich gerne diesen fast toten Möchtegern Ninja in seinen Boxershorts abliefern, aber ich finde keine Polizeistation. Streak hatte gerade was aufgesammelt, genau das kann er mal verkaufen. Und dann schaue ich eigentlich nur noch, ob wir vielleicht mal einen besseren Kameraden hier anwerben können, also was heißt besseren Kameraden, jemand der schon ein bisschen was auf dem Kasten hat. Kann ich nicht verkaufen, aber hier kann ich mit Sicherheit was verkaufen. Ja, bei diesem Nennenherrn. Ja, legt mir einer fett. Nicht schlecht. Mercenary Plate, Heart Protector. Ich werde mal sehen, ob ich mir was mitnehmen kann an Blaupausen für Waffenhandel. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte nicht so viel kaufen, aber eins davon kann man doch mal riskieren. Also ich habe ja ein bisschen Geld. So, bitte. Jetzt aber. Don't steal anything, ist klar. Haircut, nein. Komm, die beiden sehen passabel aus. Aha. Aha. Ein Sword. Für 2500. Das nehme ich doch gleich. Longstowd. You are hired. Aber Longstowd kann er nicht heißen. Er heißt Long Boat, natürlich. Ja. Kommt nicht jeder in meine Truppe rein mit so einem lächerlichen Namen. Die Namen müssen schon vernünftig sein. Longstowd wird zu Longboat. Und jetzt habe ich natürlich die Long, äh, die gute Waffe verkauft. Die gute Waffe. Haha. Ist egal. Der hat jetzt einmal seinen Topper hier. Topper Harley. Wer den noch kennt. Streak müsste doch noch Hm. Moment mal. Ich werde es jetzt mal anschauen. Er hat auch Säbel 10. Das heißt, der Maggi könnte ihm was abtreten. Und zwar nicht den Ninja. Sondern das, was er sonst noch bei sich hat. Wo es jetzt im Sand verschwunden ist. Zum Glück finde ich das. Das hat mich ja am Anfang echt Nerven gekostet. Ja, genau. Meine Güte. Leute, Leute. Also das kann ich gar nicht in den Rucksack packen. Das ist ja... Was mache ich denn mit dem da? Das sieht ja schon... Das sieht ja mal richtig übel aus. So, hier... Kann ich hier traden. Ah, da unten ist ja noch so eine Schenke. Ich gucke mal, ob ich das hier verkaufen kann. Dieses lange Teil da. Was macht der mit dem? Sieht reichlich komisch aus, muss ich ja zugeben. Ah! Ah! Durch Zufall! Ich habe Reward bekommen! Geil! Das ist jetzt unser Trait. Jo, wir handeln mal mit toten Ninjas. Alles klar. Oh, geilo! Endlich. Die halbe nackte Ninjaleiche sind wir los. Was hast du Gott? Nicht jetzt, äh... Falsch verstehen. Ja, Rinder! Hallo, who are you? Ich wackel da gar nicht. Äh, Taco wird zu... Hm. 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 Coco der Affe. Klingt auch gut. Boah, wir haben eine Truppe. Wir haben eine Truppe! Wir können... Ach komm, geht mal da runter. Wir können alle besiegen jetzt. Aber ganz ehrlich. Wenn ich nicht wüsste, dass wir unbesiegbar sind, dann... weiß ich auch nicht. So. Waki Sashi. Tech Level 2. Needs ne Research Bench Level 2. Kostet jetzt nicht so viel. Was kostet das? 2000. Kleine Variante vom Katana. Okay. Sable. Ninjale. Bläh. Advanced Saber. Unkakana. Ähm. Ich... Ich nehme mal... Hm. Hauschopper. Ich nehme mal das Waki Sashi mit. Einfach. So. Und hier haben wir hier noch was zum Traden. Also richtige Rohstoffe. Ich wollte sagen, hier könnten noch Rohstoffe sein. Boah, ich bin so happy. 13 Leute! Und dann noch so geile Typen wie... Bertolt Brecht, Longboat, Coco der Affe dabei. Das ist jetzt auch lustig. Einmal hier rum, um da hochzukommen. Macht nichts. So, ihr könnt schon mal nach da gehen. Wir sind ja hier gleich durch. Hallo! I'm Coco der Affe. Hm. Robotik. Wow. Aber sie haben leider... Leider, leider gibt es hier keine Baumaterialien. Da werde ich in den Apfel beißen müssen. und weiter hier abbauen. Das macht aber eigentlich gar nichts, weil... Ich habe jetzt so viele Leute hier. Das sollte relativ fix gehen. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Außer hier gibt es Pulverei. Nein, es gibt... Keine Pulverei. Gibt's hier unten Pulverei? Ah, da könnte man mal... eine Pulverei anfangen. Ich erhöhe wieder die Laufgeschwindigkeit. Und suche etwas raus. Ich möchte jetzt nicht das machen, was ich am Anfang gemacht habe. Hier einfach... äh... wahllos. Arme Ninjas überfallen. Die ja auch nur ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich will ja nur nach Hause. Und die werden uns nicht mehr angreifen. Was mit denen ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Die sehen auch wieder so aus, als würden die sich nicht bewegen. Das kann natürlich auch ganz böse täuschen. So, da gucke ich... gucke ich da drauf. Nein, da gucke ich jetzt nicht drauf. Wir gehen jetzt hier an der Düne entlang. Oh, der hat aber einen auf die Fontanelle bekommen. Der auch. Und zwar wirklich auf den Kopf. Wenn die uns natürlich jetzt ungünstigerweise... äh... direkt ins Schwert laufen, kann ich da nichts für. Was macht ihr da, Jungs? Immer Kuckuck dem Affen hinterher. Ja. Es ist noch ein Stück. Ach, Mann. Wie lauft ihr denn? Mal gucken, ob die uns angreifen zu zweit. Oder ob die das Weite suchen. Ich will nur nicht, dass die hier runterkommen. Sie kommen. Ich schalte einen Gang runter. Jetzt greifen wir an. Jetzt gehen wir wieder in den Kampfmodus. Ist das der Verpisser-Modus von denen? Oder laufen die wieder einen Bogen, um Schwung zu holen? Packt die Schweine! Ich glaube, die verpissen sich. Du, dann lassen wir... äh... Dann lassen wir mal... Nee. Die haben nur wieder... super Strecke, wie sie laufen müssen. Kuckuck, der Affe eröffnet mit dem ersten Treffer. Er sieht auch aus wie ein Äffchen hier mit seiner weißen Kapuze da. Aber, äh... Schöne... Oh, Maggi, du gehst mal hier Coco dem Affen helfen. Boah, brecht, ey. Das ist ja der absolute... Boah, in Rekordzeit! Coco, du darfst dir... eine Waffe aussuchen. Du kriegst auch eine Rüstung. Und auch Schuhe. Nicht, die hast du schon. Mensch, Coco. Hast du dir verdient. The Wall, wie immer, hinterher. Das müsste... Da hinten müsste unsere Bude eigentlich sein. Unsere Bude. Unsere Residenz. Und wieder auf... Zeitraffer stellen. Jetzt ist natürlich... Doch, Coco, der Affe ist immer noch relativ schnell. Nein! Wer stellt sich uns da in den Weg? Oh, oh. Oh, oh. Muss mal ganz kurz bei Coco was gucken. Äh... Der kann auch mal mit der... komischen Waffe da kämpfen. Oh, Mann. Mann, dauert das. Komm, Rinn hier! Da kommt er. Da ist er. Jawoll. Ich sehe sie nicht. Doch, da. Ich gucke mal, ob wir hier vorbeikommen. Obwohl, ich möchte jetzt keine Umwege laufen. Wenn sie dann kommen, dann kommen sie eben. Und sie werden schon sehen, was sie davon haben. Was ist das denn für eine Drücke? Die drei neuen vorneweg. Ja, und ihr seht, wir sind schon wieder am Todesoutpost. Hier, wo die lieblichen Pflanzen wachsen. Ja, sie sehen... Wir sehen schon die Gebäude. Und sie stehen noch da. Unverändert. Juhu, juhu, hey. Und die Gäste sind weg. Die haben sich auch verzogen. Vielleicht sind sie auch vertrieben worden. Das kann ich nicht sagen. Rolf ist geheilt. Lief. Muss mal hier direkt zum Bett. Weke geht, 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 geht. Magie. 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 Was ist Rolf? Rolf. Heil ihn. Er stirbt doch sonst. Nein. Da ist... Ne, das war die. Genau. Und das war die. Genau. Und du gehst jetzt pennen. Gute Nacht. Ich kann jetzt... Kann ich schon wieder auf normale Geschwindigkeit schalten? Noch nicht ganz. Wo ist the wall? Da ist the wall. Unglaublich. Ich schalte jetzt trotzdem wieder auf normalen Speed. Old Soldier hat noch ein Hütchen dabei. Sehr gut. Da müssen wir die Kopfbedeckung ändern. Das finde ich nicht so toll. Longboat. Was kann der noch? Nicht viel. Doch. Ist natürlich ein super Kämpfer hier. Streak geht direkt mal wieder in die Forschungsabteilung. Maggi geht klöppeln. Sand bleibt mal hier. Wang. Geht klöppeln. Weke. Geht diesen hier machen. Brecht. Brecht geht hier hin. Genau wie Coco der Affe. Longboat. Die müssen nämlich erst mal. Die müssen erst mal sehen. Die Weke geht auch noch da hin. Die müssen erst mal sehen. Dass die richtig ausgerüstet werden. Ich glaube die Verbandsdinger sind recht schwer. Ist mal ehrlich. Aber Rolf hat schon wieder. Verbraucht. So 3-2. Da. Wo ist The Wall? Ist The Wall mal langsam. Ach ja komm. Ist ein Walker. Nordic Walking. Hier bei Kenshi. Sand. Was macht der? Der sieht cool aus. Die dürfen sich ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen. Die nächsten Feinabstimmungen. So das Ausrüsten. Das mache ich auch in der nächsten Folge. Sonst wird es wieder zu lang. Sehe ich gerade. Auf meiner schlauen Uhr. Die sehr viel schlauer ist. Als ich das bin. Und von daher. Verabschiede ich mich. Wem die Serie gefällt. Gerne liken. Gerne abonnieren. Und auch gerne kommentieren. Wenn ihr mir Vorschläge macht. Die ich hier umsetzen kann. Versuche ich die tatsächlich. in die Tat umzusetzen. Ansonsten hoffe ich. Sehen wir uns wieder. Beim nächsten Mal. Wenn es heißt. Let's fail Kenshi. Macht's gut.